immer so hochzeiten aber was was gab es so schnitzel dann irgendwie ich dachte ich kann mir aussuchen lassen jetzt so für drei euro so meistens so dinge meistens so gefängnis essen nicht immer der beste alter die machen türkische auch so also wie sie taktik wo springen wir raus gehen wir zu salty springs nein ja dann lass ganz sein lass ganz durchfliegen bis anarchy akres und dann einfach alles metzeln das ist ja war auch wohl standard bei der hochzeit diese schon so sehr grenzwertig allein schon leider okay wer gewinnt gewinnt da seid ihr eigentlich das feind das feind leute machen wir was ja ich habe doch auch keine waffe fabi danke ich dachte du bist der feind also sorry die nächste ist für dich ich habe die steuerung überhaupt nicht ich habe schon gefunden ich bin fabi waren ich gebe dir eine schrottflinde ich gebe dir eine schrottflinde vorsicht rechts von euch ja warte komm her er gibt mir mal deckung wo denn ja da da fabi das ist der plan ja jetzt und erstmal coole waffen und töten dann alle genau so läuft zwei battle wir finden es aufs gehalten nur weil du jetzt was gefunden hast jeder jeder für sich allein also jetzt schon in der fabi macht den weg frei ja man aber es gibt so viel was ich komme ich komme ich komme ja ich bin tot alter helft mir und red weg red weg was hat der schrottflinde bleib auf abstand bleib auf abstand bleib auf abstand oh mein gott alter oh scheiße zeug ging ein zeug ging ein haben wir jetzt verloren zu viert ja lass mal zurück in die lobby boah das ist so lang ja du musst verrunde drehen ok direkt wieder rein spielst du mit maus ich ja ja die hat aber ich kann sonst nicht räumen junge hä spielst du maus bei pc oder wie ja und jetzt wieso hast du dich alle gekillt alter bei ford bei ford bei ford da kannst du einfach maus und tastatoren schließen und dann du alter das wäre schon eine überlegung wert wenn es so weiter geht aber da muss ich voll behindert im wohnzimmer auf dem boden sitzen naja ja ich sitze auch gerade am runden ich kann es mir richtig vorstellen also wie dumm vor allem meine platte ist so komisch verbaut ich müsste wahrscheinlich so mit dem kopf direkt am fernseher sitzen und unten spielen erde das überleg ich mir noch ganz genau ok leute jetzt mal ein bissl planvoll davor gehen lassen wir alle tanzen hier erstmal wie mache ich hier auf tastaturen emote wo bist denn du alter kass warum sind wir so 8000 meter auseinander eigentlich aber bei den dance moves sind der ist also dance moves best alter ist der ist der ist der ist der hat das gleiche habe ich auch gesagt ok wo gehen wir hin ähm wollen wir gefängnis Was ist Gefängnis, Alter? Wie sagt ihr den Namen, Alter? Ich weiß nicht, ich hab den Namen gefunden. Ja, das... Pfff! Gehen wir Salty Springs, Alter. Okay, ich springe. Ich springe auch. Ich springe jetzt. Wo bin ich, Alter? Da kommen wir niemals hin, Alter. Ich bin schon fast da. Oh ja, das geht doch nicht. Ich geh doch nicht da hin. Ich geh zu dem Haus da unten. Wir treffen uns dann dort. Ich springe da hin. Das ist Salty Springs. Ach, ich bin auch hier. Da will ich nicht hin, Alter. Ich will da nicht hin. Was hast du denn, finde ich? Komm schon, tötet doch einfach hin. Alter, es sind so viele. Ich geh in die Factory da hin. Treffen dann. Ja, treffen, wenn wir Waffen haben. Wow. Verbandste Zeug, Alter. Wir sind bei der Factory. Echt? Oh. Alter, ich hör doch schon wieder was. Ich hör doch schon wieder was. Hier ist ne Kiste bei mir. Bei mir ist ne Kiste. Ich muss da jetzt irgendwie das Ding bauen, ja. Sturmgewehr. Stein. Sturmgewehr. Kranaten. Oh mein Gott. Hier ist noch ne Kiste. Oh mein Gott. What the fuck? Alter, da war ja nix drin. Los. Was machst du? Lebst du noch, Fabi? Ja. Aber der Gegner, der will mich irgendwie töten. Der hat mich jetzt schon mal gesehen. Das ist einfach vorbei. Ich hab dich gestern gemacht. Nee. Okay, Mann, ich komm zu dir. Ja. Nicht, schießen. Kann dich doch gar nicht abschließen. Ja, danke für die Hilfe, Alter. Wo seid ihr beiden? Moin. Habt ihr Waffen? Ja. Fabi, wo bist du? Fabi, was willst du? Ja, Fabi, komm her. Du kriegst so hier so ein... Da? Mhm. Hast du keine Waffe schon wieder? Jetzt hast du bitte keine Waffe. Nee. Oh, yeah. Okay. Hallo, konzentriert euch. Da ist die Waffe. Okay, wo gehen wir hin? Ja, warte, ich bin dran tanzen. Hey! Ey, hoff! Warte, kann ich alles schießen? Ja, komm, ich lebe euch wieder. Jetzt kommt so ein Gegner. Krieg dafür Punkte eigentlich? Ja, ey, ich bin sowas im Tod gleiche. Ich hab sowas vom Gefühl, ey. Dennis, krieg weiter. Ja, danke für 30 Lügen. Willst du Verbandszeug? Ich geb dir Verbandszeug. Alter, es geht ja viel schneller, wenn ich beides mache. Wollt ihr Verbandszeug? Ich hab selber. Ja, bitte. Ja, oh man. Hier fünf Stück. So, jetzt reißt euch zusammen, alter. Okay. Wo gehen wir? Geh mal das, die Depot, alter. Warte, ich muss meinen Trank noch schnell. Geh noch weiter. Komm, Fabi. Komm, Fabi. Hier, nimm das, nimm das. Nimm es. Ich nehm es. Ich nehm es. Ich hatte Pumpgun, alter. Okay, jetzt natzen wir da hinten einfach alles weg, okay? Okay. Ich hab aber nur 25 Schuss, ne? Ich hab nur 13. Weil ich euch abgeschossen hab. Ja, servus schuld. Von der Munitionsverschwendung hier. Du spinnst, Junge. Da ist doch eh keine Sau wieder, alter. Ja, wir können da wieder umdrehen. Los Dennis, lauf. Ja. Fabi, siehst du nicht mal deine Waffe ziehen? Ach so, ja. Da schenkt man ihm ne Waffe. Hier wurde schon alles ausgeräumt. Lass Salty Springs gehen, ey. Ja, ja. Nein, geh mal Retile Row. Oder wie das heißt. Ja, ja. Erfolge ich einfach. Ja, man. Follow me. Ah, ah. Follow. Okay, der war schlecht. Ah, der war eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich hab keine Artenschutz zu schauen. Lass mal Junge. Ja, unauffällig. Ja, komm. Das sind die unauffälligen, Alter. Jetzt geht's ab. Lass mal diesen Master abreißen. Ja, man hauen wir ihn zusammen, Alter. Ja. Jo, ist schneller als Gitter. Jo, what the fuck. Okay, Leute. Ist da unten schon alles weg? Ich denk's. Äh, weiß ich nicht. Ja, da waren wir doch vorher nicht. Ich hab' ausgeräumt. Ach so. Geh' wir zu dieser Vorder hinten. Alter, was ist das? Ein Zelt. Braucht ihr eine Pistol? Ich nehm's. Ich nehm's. Ich will da drin schlafen. Versteck dich da, bis es vorbei ist. Wir kommen dich dann holen. Alter, das sind noch Sachen. Das heißt, wir haben gute Chancen hier. Okay, jetzt. Jetzt geht's ab, Leute. Hier ist noch eine Maschinenpistole. Ich nehm die mal. Sniper! Wo? Ach so! Ich hab's schon. Ey, Lila Sniper, Alter. Alter, was? Ich hör' doch schon wieder ne Kiste, ey. Ich hasse das, wenn ich die hör' Ich hasse das, wenn ich die hör'. Hier oben ist der grüne Pumpkin, wenn die mitwirren. Nein, ich will einfach nur mein Ding hier haben. Ich nehme sie. Hörst du doch, wo ist denn die? Noch weiter oben. Wie zur Hölle soll ich da hinkommen, Mann? Mein Gott, was mache ich? Alle hau ab, ich bin ja ganz am abbauen hier schon und versuche die Kiste zu erreichen. Das höre ich selber ganz stark. Ja eben, die ist da oben, ich habe sie schon gefunden. Nein! Ey, nehmt jetzt die Kiste nicht, Mann! Ich sichere die Gegend. Oh mein Gott, nichts. Ey, wir müssen in den Sturm rein. Okay. Da nimmt es wenig Kipp mal mit einer. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, wo ist der Sturm? Okay, wo ist der Sturm? Jetzt ist der kleine Kreis. Gehen wir los. Ah, okay. Nach da unten. Gehen wir los. 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 Da ist jemand vor. Okay, folgt mir. Seid ihr. ist ja voll geil hier die linke seite auch gesichert ich schwöre so müssen wir rumrennen zugriff okay ich behebe anfang auf dieses haus verpisst euch ich war es ich habe doch die christi aber da in der sprungfläche versuchs ja dann immer diese sprungfläche was ist das ich hab's eingesammelt ich hab dich auch übel hochkadapetiert ich bin noch mal nicht ankommen mit ihm los versuchen wir noch alles alter 33 davon sind schon mal vier wir das heißt das ist schon mal gut hier ist ein raketenwerfer nie was ist das alter taktische schrubflinte habe ich schon nimmt die mal einer wollen wir uns mal irgendwo eine festung bauen ich höre sie auch wo ist sie baut mal einer was warum muss ich immer bauen ob der baum da hinten da hinten vorsicht 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 wo oh mein gott versteckt euch wo ist da jemand wo hier einschanzen 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 und wie kommt mir das spiel so unflüssig manchmal vor ja übel ja wir sind ja die größte zielscheibe was jeder macht da oben vielleicht 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 haben die ich hab zu auf sie geschossen ich hab sie aber nicht getroffen ok also wir müssen zum auge stürmer laufen los geht da ich hab meine ausgültig sniper springt bewegt euch keine ahnung lauf weiter ist jetzt auch er ist zwar außerhalb denke ich da hat er selber schuld also hast du dir in der waffe das bin ich allein oh mein gott man sorry macht die tag auf alter was ist das wo ist er wo ist er zwei leute im haus ich bin ich da rein ja warum sterben die wichser nicht man komm du schaffst das sind wieder tot alle oh mein gott hey du wichser fabi du hast mich gekillt ne was da steht fabi hat dich eliminiert alter alles klar du hast mir einen mitgegeben hör mal auf was soll das bei bei b b b b b b b Untertitelung des ZDF, 2020